... mit tippvollen, modernen Pakete-Eckens dieser Gewaltigung aus der Habsburg-2-Hannover-2-Karteien-Effekt-Ernstatt-Gezogen. Hofrat mit Frederik Peters hat etwas geschafft, was, ich sag das mal, ich hab das jetzt nicht nachgeschaut, ich glaub noch kein anderer Engst geschafft hat. Er hat nicht nur den Hannover-Ranakör-Sieger-Hotline gecheckt, sondern auch mit Hevelmann im letzten Jahr bei den Trakehnern. Also zwei Siegerhengste in zwei Populationen. Das Konkret ausgebildet ist Hofrat, hat er ja mit Hofgraf, der bei Frederik Peters seine Grundausbildung hatte, dann zu Holger Fink ging ein Pferdraumfinale bei der Roten Pokal im vergangen Dezember. Und er startet eben von Kregal, der ab dem jemaligen Trakehner-Sieger ist, und tut ihm das Fahrrad. Fiorano mit Rousseau, dem einzelnen Vizeweltmeister der Jungen Surferne, hat er einen ganz besonderen Vater, dieser Siebenjährige, der in Leistungsprüfungen auch souveräner Rousseau-Finger war. Er hat genau diese Besonderheiten des Rousseau-Blütes, des Ferne-Blütes, er hat diese Kraft, diese Fehlerkraft im Hinterbein. Vergangenen Jahr sein erster gekürter Sohn, der in das Ralsportzentrum Massenheide von hier aus versteigert wurde, die sehr froh sind, diesen Hengst dort im Besitz zu haben. Ja, und das, was Jorano uns zeigt, immer nicht zusammen. Und im letzten Jahr, bevor er das junge Hengst, wusste er sich, dass die Herzen des Rousseau-Blütes entgegangen sind. Dieter Ossoso, das etwas anderes begehrte Zufluch des Ferne-Blütes. Ganz für die Vererbungen spricht uns mit Ihnen auf, meine Volksfeste, wurde uns kürzlich gezeigt. Wird im Frühjahr der kommenden Liederoption hier dabei sein. Die Volksfeste Sophia Martin. Schauen Sie, wie bei Fioman ist gerade sieben Jahre jung und jetzt noch auf Dressur-Ferde-Hüfen der Klasse M gegangen. Jetzt als schon diese ganze Pirouette, die ganz sicheren, der Hopptauer sahen. Die Dressur-Arbeiter, die werden das gekannt haben. Schauen Sie, wie er jetzt zurückkommt und wie dieses Hinterbein arbeitet. Ein bisschen mit dem Push-Problem hat er aber er senkt sich mit Last auf. Da, richtig groß zum Abschluss. Und auch der Hochfahrt, der ja parallel zu seinem Wegeinsatz immer sportlich weitergefordert ist. Hier mit Friederike hat sich aber Zweierwechsel. Und jetzt auch eine Prätschöne für Hochfahrt. Hier sieht man die Nachfolge, die der Lastenhoffnung wieder einfach mitmacht. Und er geht heute schon seine zweite Show. Aber heute im Vorbild auch noch im Oster bei den Trakinen. So, so muss er rein, da jetzt schon mal Zweierwechsel mit diesem Sieben hier legen. Ganz locker, muss man mal reden. Und hoch. Ja, meine Damen und Herren. Sportliche Verärmung. Es ist ein Prätschöne für Hochhälter. Mit so einem Schöne. Das ist eine Frau größer. Mit so einem Spendern. Mit so einem Schöne-R Kaerfausten. Die Karinzüger werden das in die Karinze war. Ja, ja. Das war ein Schaubild, das war ein Schaubild, das war ein Schaubild. Die Outpost für die Brees in Sportwärtschätzung beitipulierten mit seiner Entdeckerung, Friederike Peters. Fiumarro. Diese zwei besonderen. Wollen wir jetzt auf die große Erbe bringen, vielleicht einfach noch mal einen Musikwechsel. Aha. Und jetzt dürfen Sie. Danke sagen, meine Damen und Herren. Applaus tour Applaus